Moin, es wird mal wieder Zeit für so ein Video. Es geht um die wichtigste Gamerin der Welt. Es geht um Pia Scholz aka Shuyoka. Diesmal vor allem über ihre unglaublich dreisten Lügen. Und ja, sie hat aktuell einen Höhenflug, weil jemand aus ihrem erweiterten Bekanntenkreis es tatsächlich geschafft hat, einen unjournalistischen Artikel in die Zeit zu setzen. Dieser realitätsferne Lobartikel wird vermutlich noch ein Fall für den deutschen Presserat werden, da er gegen den Pressekodex verstößt. Das zumindest, was die Zeit hätte machen müssen, wäre den Text als Werbung kennzeichnen und ihn über die Anzeigenabteilung abzurechnen. Und dass Jan Böhmermann teils auf die Shuyoka-Show reingefallen ist, das ist geschenkt. Er macht das mehr zur Unterhaltung und sie hat ja auch ihr Fett weggekriegt. Worum es aber in diesem Video geht, ist aufzuzeigen, wie manipulativ Shuyoka auf X, also ehemals Twitter, kommuniziert. Wie sie Unwahrheiten verbreitet und diese immer und immer wiederholt, damit ihre teils naive und teils auch bösartig siffige Anhängerschaft den Quatsch weiterverbreitet. Shuyoka behauptet in einem Tweet, nenne ich natürlich ein, dass in einer Telegram-Gruppe, die mir persönlich bis vor wenigen Wochen überhaupt unbekannt war, inhaltliche Sachen aus dem Prozess in Frankfurt von Team Hoch weitergegeben wurden. Das hätte sie auch schon in ihrem Stream angedeutet. Und Askeron hat mit einem seiner vielen Stör-Accounts bei mir gefragt, ob ich mit Personen aus einer dieser Telegram-Gruppen in Kontakt stehe. Dies habe ich natürlich verneint, wahrheitsgemäß. Damit war Shuyoka wohl klar, dass ich damit rein gar nichts zu tun habe. Dennoch bleibt sie bei ihrem Märchen, denn so kann man ja Stimmung machen. Und ich habe dann, als Shuyoka am 26. September diesen Lügentweet veröffentlicht hat, nach dieser Telegram-Gruppe gesucht und habe mir mal angesehen, was da so gepostet wird. Es war aber so viel, ich konnte das nicht alles lesen, aber am Tag des Prozesses in Frankfurt wurde tatsächlich sehr fleißig gepostet. Und es wurden Inhalte gepostet, die tatsächlich nur Menschen wissen konnten, die im Gerichtssaal gesessen haben. Shuyoka bestätigt, dass es vor Ort Wissen ist. Und ich kann das ebenso ehrlich bestätigen. Jedes Wort da drin stimmt. Ich zitiere einfach. Shuyoka hat sich während des Prozesses unter aller Sau benommen. Sie ist privat noch schlimmer als online. Und Dave Ocelot war auch da. Ja, und auch ich kann das für Shuyoka bestätigen. Das ist passiert. Ach, bitte abonniert meinen Kanal, lasst ein Like da und kommentiert fleißig. Das ist ein recht wichtiges Video, das jetzt nur am Rande. Also jetzt gerade auf Like drücken und auch abonnieren und die Glocke aktivieren. Und weiter geht es dann mit diesem Kommentar in der Telekom-Gruppe. Huch war eher so, ja, ich möchte, dass sich die Situation beruhigt und so. Und sie hat die ganze Zeit was von Kolonialismus gut finden und Hetze erzählt. Ja, das habe ich auch in anderen Videos später gesagt. Ich war die Person, die Ruhe in die Sache bringen wollte und versucht habe zu deeskalieren. Shuyoka nicht. Auch dies kann ich ebenso wie Shuyoka bestätigen. Interessant ist auch, dass gesagt wird, ich würde den Hatefluencer-Punkt gewinnen. Denn ja, das Landgericht hat mir da in der mündlichen Verhandlung eigentlich durch die Blume recht gegeben. Auch das kann nur jemand wissen, der wirklich im Gerichtssaal gesessen ist. Ebenso kann auch dies hier nur jemand wissen, der Zuschauer im Saal war. Ich zitiere. Nicht nur das. Das Gericht hatte auch einen Vergleich angeboten, dass Huch nicht mehr über Shuyoka redet und andersherum, damit das Thema gegessen sei. Huch hat zugestimmt. Sie hat abgelehnt. Dabei wäre das für sie ein Vorteil. Vermeintlich. Und das Gericht hat entsprechend geschaut, als sie schreiend und keifend ablehnte. Ja, ich war wirklich offen für einen Vergleich. Shuyoka nicht. Das kann ich bestätigen. Absolut richtig. Und auch die Arbeitsweise von Müller Römer, dem Anwalt von Shuyoka, wurde beschrieben. Die ganze Zeit nur behinderte Fangfragen gestellt, die absolut nichts mit der Sache zu tun hatten. Und dass Tobias Huch die ganze Zeit böswillig handelt und Shuyoka absichtlich mental schaden will und sich daran ergötzt und so eine Scheiße. Und im Hintergrund hat Shuyoka dann wieder rumgekeift. Abschließend sagt der Prozessbeobachter dies hier und verwechselt aber das Landgericht mit dem Oberlandesgericht. Ich muss ehrlich sein, ich hatte noch einen winzigen Funken Mitleid mit Shuyoka, aber seit heute nur noch Abscheu. Ich weiß auch gar nicht, wie ich das noch anders beschreiben soll. Die Worte werden dem auf jeden Fall nicht gerecht. Die saß da wie eine einzige Furie und hat alle unterbrochen und angeschrien. Wie ein dreijähriges Kind. Auch wenn das OLG auf ihrer Seite war, haben die teilweise völlig entgeistert geschaut. Und jetzt, jetzt wird es extrem interessant, denn der Beobachter schreibt folgendes. Ich sage euch Bescheid, wenn der nächste Termin ist. Der wird aber wahrscheinlich in Hamburg sein und das ist zu weit weg für mich. Und wie weit sein Weg nach Hamburg ist. Bei mir um die 5 ist trotzdem zu viel. Hm, interessant. Derjenige ging davon aus, dass die nächste Instanz in Hamburg wäre. Was natürlich nicht stimmt. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu Shuyokas Aussage und das, was sie nicht sagt. Sie sagt also, Tobias Hoch war da, Dr. Sarafi war da, die Rechtsanwältin von Dr. Sarafin war da, Rechtsanwalt Boos war auch da, Askeron saß vor der Tür, Dave saß neben Shuyoka, sie war da, die Richterinnen. Ja, daraus schließt sie, dass es nur von mir kommen kann. Wer das hört, glaubt diese Lüge natürlich. Ich würde sie auch glauben, wäre ich nicht vor Ort gewesen. Zwei Personen hat Shuyoka nicht erwähnt. Ich glaube, dass diese auch da waren. Erstens, ein Journalist. Zweitens, eine mir unbekannte Person, die im Tross von Müller-Römer und Shuyoka mitging und nach dem Prozess auch mit ihr zusammenstand. Müller-Römer kommt aus Köln. Köln ist ca. 5 Stunden von Hamburg entfernt. Kam diese Person, die Müller-Römer zu kennen scheint, aus Köln? Ich habe extra nochmal rumgefragt, ob ich mich da richtig erinnere. Und ja, neben Rechtsanwalt Boos saß die gesamte Zeit dieser junge Mann, von dem Shuyoka nicht berichtet. Und in der Nähe der Tür saß der Journalist, von dem auch Shuyoka nicht berichtet. Liebe Pia, wer ist denn dieser junge Mann? Und warum hast du ihn verschwiegen, obwohl er doch dort anscheinend mit euch unterwegs war? Ja, also, ich kann per Eid vor Gericht versichern, dass ich nichts in dieser Gruppe geschrieben habe. Auch, dass ich nie in dieser Gruppe war und dass ich keinen mir bekannten Kontakt zu diesen Personen in der Gruppe habe oder gehabt habe. Und ich denke, das kann das Ganze, wie nennst du es, Team hoch. Kannst du das? Wirst du uns sagen, wer diese unbekannte Person war, der junge Mann, und was ihre Aufgabe war? Vielleicht war es ja eine False-Flag-Aktion, um dich mal wieder als Opfer zu framen. Ich stelle nur Fragen. Du hast so viel Wichtiges weggelassen. Warum Shuyoka? Lügst du absichtlich oder lebst du schon in einer deiner eigenen Welten? Ich weiß die Antwort. Auch durch vertrauliche Hintergrundgespräche. Aber was denkt ihr? Schreibt es in die Kommentare. Wie wird Shuyoka reagieren? Wird sie sich entschuldigen? Wird sie die Vorwürfe zurücknehmen und uns jetzt die Wahrheit sagen? Wir werden sehen. Abonniert auf jeden Fall diesen Kanal. Bleibt ihr auf dem Laufenden. Aktiviert die Glocke. Das ist ganz wichtig, um jedes Video auch zu sehen, nicht zu verpassen. Lasst ein Like da, kommentiert fleißig. Ja, und bleibt anständig. Wir sind besser als Shuyoka. Bis dann.